das kackt habe ich gesagt ich steuere ich das ach so bewegungssteuerung also das ist echt wild mit diesen mit r2 l2 das ist echt krass ist auch schon ziemlich geil muss man sagen ich habe jetzt schon wieder angst jomas zu überpassen natürlich nicht lust jetzt alles hier zwei dreimal zu spielen aha weil sie es gab es auch wieder vier noch mal er hat vier teile und zwei von den anderen zahlen was ist was ist hier so da hätten wir auch was und einfach was muss ich machen ach so neues artefakt ps2 multitap okay das ist doch einfach nur dass du hast hier irgendwie das war doch nur da um das zu erweitern oder dass du halt so viel spielen konntest meine ich wir haben auch eigentlich hatten wir auch so was oder haben so was aber das war glaube ich es hieß nicht multitap gibt es halt auch immer naja nicht immer was offizielles aber keine ahnung ob und was was wir haben vielleicht ist das ein älteres modell dieses multitap wir haben neueres modell ich habe keine ahnung also klar eigentlich dass man da stirbt ich hätte es nicht machen soll ich hatte so ein bisschen die hoffnung dass man auch gleich stirbt ich sammle die münzen jetzt einfach nochmal ein so hier ist wieder secret wobei was ist denn da eigentlich müssten wir noch mal zurück gucken was ist hier können dadurch nicht so aus geht das jetzt links oder rechts weiter ich weiß nicht glaube wir gehen nochmal nach unten sieht doch eher aus als würde es da weitergehen aber hier ist ja noch mehr und zwar eine memory card auch für die ps2 wir haben wir ps2 start anscheinend könnte sein es gibt vier gebiete ps1 ps2 ps3 ps4 weil klar was mein also was spiele gab es auch die drei aber was hatte ja so ursprung schon ps2 also gab es das erste mal hatten wir auch da wir hatten als erstes diese bass controller noch mit kabel und dann gab es ja auch irgendwann später diese das ende steht wieder irgendwas da unten durch dahin ich hoffe ich kann mich in der fall bewegen weil da hinten ja noch sachen liegen ja ich kann dann runter es gab halt noch diese mit akku nachher wo du batterien halt also was sagt man das waren aber dann batterien keine akkus und ja gab es halt dann ich weiß nicht ob sie erst zu ps3 zeiten oder schon vorher gehabt da bin ich mir jetzt nicht sicher weil die kamera typen die alles film ich muss schon sagen auch so oh mein gott man guckt sich maybe jetzt nicht unbedingt so die umgebung an weil naja es ist jetzt ich sage es ist nur ach so hier müssen wieder gesagt hätten es ist nur ja astrobot na also astros playroom ist jetzt kein triple titel aber allein hier sowas ist halt schon seit schon nice und man muss sich ja auch vor allen dingen umgucken man alles sammeln möchte und da sehe ich mich halt immer dran alles zusammen darf ich als ob ich tot bin aber ich bin echt gespannt ja was mich hier noch erwartet sie ich den fall er spuckt immer seine scheiß kugel deswegen das habe ich nie gesehen weil ich stand eben eigentlich so dicht dran habe ich schon geschlagen und einmal bin ich trotzdem tot gewesen jetzt habe ich ich mache checkpoints sau leider nur münzen schade wobei wir sind noch am anfang wobei vielleicht ist das hier nicht so lang so mit ihm machen so mit ihm machen wie wir das geburt kriegen weil sie auch schon wieder nicht kann ich das irgendwie sagen wenn ich nicht irgendwas mit dem ball machen naja anscheinend irgendwie nicht aber irgendwie muss ich das ja aufkriegen also ich würde auch sagen dass da so ein dings ist wieder das haben sie mir aber nicht erzählt wie ich das aufmache seitlich kann ich das erst später ich weiß nicht ob das spiel so ist dass man nochmal backtraveln muss als ob kann ich mir irgendwie nicht vorstellen kommen wir da auch rüber ich würde ich glaube nicht dass da was ist das nur zum gucken denke ich mal das habe ich den anderen kollegen da wieder runter geschubst eigentlich habe ich gar nicht reingepustet ich glaube es ist sie gut mäßig also also extra bonus weil da geht es weiter deswegen brauche ich denke ich mal keine angst haben hier irgendwas wieder zu verpassen so was gibt ihr mir ich denke mal gibt es einfach nur wieder so ein fragezeichen ding ne ein artefakt tatsächlich eine spiele des blau ist das neue schwarz ich denke mal dass mit bot ist einfach jetzt keine anspielung auf einem früheren game was halt irgendwie auch so mit bots war ich kann mich nicht erinnern dass so dieses astro bot denkt schon mal irgendwas war hier ist zwei zeiten ich denke mal das ist einfach nur weil das hier jetzt ja das game ist halt ne können ja gucken es ist tatsächlich das erste fragezeichen ja aber was damit ist weiß ich trotzdem nicht vielleicht finden wir das später noch heraus so dem sind wir schnell anzünden ok er liegt das hier unten frei er will dass wir hier irgendwas machen eine waffe also das ist schon wieder geil ne oh mein gott wie das wie das teil halt vibriert also er zittert für jeden schuss geht es halt hin und her ne ich denke wir können jetzt nochmal nach unten meine vermutung weil wir das ja eben auch aufschließen konnten jetzt habe ich die waffe weggelegt aber es ist trotzdem ein neues aktifakt und zwar eine eitoy kamera ja war halt auch ps2 zeit die haben wir tatsächlich auch eitoy war damals halt eigentlich recht geil wobei man also es ist heute aus heutiger sicht denkt man halt so ja war jetzt vielleicht nicht das geilste aber eitoy eigentlich damals so übel ist einfach im spiel drin gewesen war halt schon hammer ich weiß gar nicht wie ich das klar wir haben jetzt schon wir haben jetzt schon einige zeit seitdem die ps5 draußen ist trotzdem weiß ich dass viele sie ja nicht haben es ist halt ich weiß gar nicht ob man dieses gefühl jetzt bin ich gerade schon wieder gestorben ich weiß gar nicht ob man dieses gefühl also ob leute das wissen wie das ist ich wusste es selber nicht also dieses also wirklich dieses schießen und so mit diesem triggern finde ich echt erstaunlich gerade in so einem spiel geht das ja aber ich muss sagen wenn man jetzt cod oder und dann auf battlefield irgendwie online mäßig wird es einen dann irgendwann wahrscheinlich da zum verhängnis weil du einfach es lenkt ein ab erstens und du brauchst länger um zu schießen weil der knopf viel länger braucht damit er unten ist war das so war das jetzt move du brauchst halt wenn du wenn ich jetzt drücke passiert ja nichts weil ich nichts in der hand habe kann ich den knopf so aufdrücken wie ich möchte aber wenn ich die waffe in der hand habe dann muss ich halt auch ein bisschen den knopf runter drücken weil es kommt halt dieses ja gegen gewicht das ist schon wild it's all in the mind ach jetzt wird mir auch das teil erklärt wobei ich das schon vorher hatte ich weiß gar nicht es sollte in dem game auch eine platte geben wir werden die wahrscheinlich wenn ich das game mit 100 prozent spiele werden wir die wahrscheinlich kriegen ich bin schon im nächsten ding haben wir alles sehr tatsächlich ich habe alles nice kommen wir jetzt zum letzten gebiet bereits was schluss zu und wieder rumfliegen ich krieg nochmal nach oben hier ist aber nichts also mit bewegungssteuerung ist ein bisschen schwer weil ich das mikro eigentlich fast genau vor mir habe und ich jetzt so ein bisschen nach rechts halten muss so hier müssen jetzt kann ich an den vorbei ja mein gott hier sind münzen gehen müssen jetzt hier weiter oder müssen wir jetzt lohnt sich das überhaupt hier runter gerade wohl wohl eher nicht irgendwie finde ich das gerade schwer schnell hoch hier jetzt noch safe weiter aber was ist denn da unten so geht es oder geht es ja unten überhaupt mein gott jetzt da unten überhaupt weiter ja gut das ob wir es nicht kommen da auf jeden fall rein und da unten das heißt wir haben dass wir hier sogar drei fragezeichen also von den oberen artefakten dingern war das jetzt aber links davon wo ich gekommen bin einfach habe ich habe das jetzt glaube ja ja dann dass man nach oben wenn ich was verpasst habe müssen wir noch mal hin so wild ist es denn ja so wild ist es denn ja nicht mal durch die kisten ach komm schon ich hatte beim ersten mal echt glück weil ich da einfach reingerast bin und da hat nichts war jetzt wird es lächerlich aber ich bin die stelle wenn man land muss man immer noch mal starten hier ist schon wieder nach unten da oben geht es aber auch aber das sieht eher nach artefakt aus und zwar hat das mikro singst am mikrofon ja hatten wir die geschweiße auch was heißt logischweise ich habe eine schwester und ja wir können sogar interaktieren aber wie können wir interagieren ach so ich habe ja hier meine stimmt so hallo aha ich habe ja nichts war aber mein headsets nein er hat einfach zugemacht das finde ich ja das finde ich ja und wer ich weiß nicht ich weiß nicht ob das also eigentlich kann man das schaffen jetzt ist selber sowieso ausgegangen keine ahnung was da hinten drauf steht was sie sich angucken oh mein gott ich habe es noch gesehen omega booster ich habe absolut alles verpasst schon wieder naja nicht alles was ach komm ja wie soll ich das machen eher witzvoll ja machen wir mal so so schaff ich das mit boss sogar und da sind wir irgendwo auf oder wo was machen ich gucke einfach nur gott of war also screen wo gott of war drauf ist hiermit bedanke ich mich fürs zuschauen ich hoffe euch hat das video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann und ciao bis dann